Gestüt Katharinenhof, herrlich gelegen in Ansdorf, südlich des Starnberger Sees, ist der Heimatstall von Belmont Maxi, dem Pferd von Springreiter Maximilian Lill. Sein Besitzer weiß als erfahrener Turnierreiter, wie wichtig die Vorbereitung des Pferdes auf die Belastungen beim Training und bei Turnieren ist. Deshalb wendet er bei seinen Pferden das pulsierende Magnetfeld täglich vor dem Training und vor Turnieren an. Eine gut durchblutete, aufgewärmte Muskulatur sowie Gelenke, Sehnen und Bänder beugen Verletzungen vor. Außerdem ist Belmont Maxi dadurch beim Training und bei Turnieren vom ersten Augenblick hellwach und leistungsbereit. Die Bedienung und Anwendung des Active Animal Systems von Joe Seltmann ist einfach und schnell durchzuführen und erfordert wenig zusätzlichen Zeitaufwand. Was für sein Pferd recht ist, ist für seinen Reiter nur billig. Er nutzt die Aktivweste, ebenfalls aus dem Hause Joe Seltmann, um auch sich selbst optimal auf einen Einsatz vorzubereiten. Seine eigene innere Ruhe, Entspannung, seine Motivation und Leistungsbereitschaft überträgt sich zusätzlich auf sein Pferd. So gehen beide bestens vorbereitet in das Training oder die Prüfungen. Das Active Animal System ist mit seinen neun erprobten Programmen leicht zu bedienen und wird nach dem Training oder den Turnieren zur Muskelentspannung und Unterstützung der Regeneration verwendet. Satteldecken, Applikator und Gamaschen werden bei uns entweder gleichzeitig zur Ganzkörperanwendung oder einzeln an besonders belasteten Körperpartien eingesetzt. Nach den Erfahrungen von Maximilian Lill mit dem Active Animal System von Joe Seltmann hat das konsequente Anwenden dieses Systems zu einer stabileren Grundkonstitution und einer erhöhten Leistungsbereitschaft des Pferdes beigetragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017